Hallo damit! Hallo, hier kommt ein neues Video hier im Kanal und zwar mit einem kleinen Blog hier. Mein PC schon ausgeschaltet. Das war bevor ich sage, warum kein Video gestern kam, noch das hier. Cross-Vorgeschichte Kurzfilm, Cross-Kurzfilm an sich, Laguna Kurzfilm. Hintereinander hochgeladen, nachdem ich natürlich die Trailer produziert habe und die Filme an sich komplett fertig wie sie sein sollten. Die Filme werden wahrscheinlich sehr spät hochgeladen und dann die Filme, damit ich halt alles auf einmal raus habe und halt einen Durchblick habe. Also hintereinander werden sie dann hochgeladen und wahrscheinlich dieselbe Uhrzeit. So, gestern wollte ich streamen GTA 5, das hat man ja gesehen, habe ich aber gelöscht, weil es war ja 3 Minuten, 4 Minuten, max. 5 Minuten glaube ich Video. Also ich lasse jetzt Streams offen, also online, wo ich halt Mikrofone jetzt nicht eingesteckt habe, weil es ja Test war. Im Internet, wo ich halt beim Freund war, ging das nicht, weil es waren zwar keine Lacks da, aber es war ein Pixel und das ist jetzt auch nicht besonders schön. Wenn ich bei ihm was vloggen, habe ich dann einfach nicht gemacht, weil ich keine Lust hatte. Dann wollte ich auf der PS4 was aufnehmen, das wollte ich dann auch da nicht mehr, habe ich überhaupt keine Lust gehabt. Dann wollte ich Ultimate Custom Night gestern hochladen, das habe ich dann halt nicht zustande gekommen, weil ich mich vorhin getroffen habe. Ich habe gerade eben Ultimate Custom Night aufgenommen, aber noch nicht geschnitten, weil es halt zu spät ist und ich habe jetzt keine Lust mehr weiterzumachen. Und also das Video kommt morgen, da habe ich halt was Perfektes erreicht, also das war echt anstrengend. Also ich habe halt mein Heiß geknackt und ja, dann wollte ich aber noch im Wald in der Nacht was aufnehmen. Wir waren im Wald draußen nochmal rumgegangen, wollte ich aufnehmen, habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich mein Handy vergessen habe. Hätte ich die Idee gehabt, als einziger von den dreien. Ich war eigentlich der Abend dann ganz lustig und wir haben natürlich was getrunken. Und zwar den Hugo Rosé, den habt ihr mal gesehen, das war so eine Art Wein und noch einen anderen Rotwein. Wer bis hierhin geguckt hat, bitte Hashtag bald in die Kommentare. Danke. Ja, also das waren halt die Gründe, warum nicht. Und ja. Gut, das war eigentlich das... Das war das einzige, was ich euch eigentlich im Endeffekt sagen wollte. Und das halt... Übrigens noch... Äh, wenigstens Skull. Skull wird noch weitergeführt, keine Sorge, es ist nicht einfach auspürzlich. In einem random Moment. Wie andere Projekte, wo ich einen Kurzfall machen muss, ne. Und zwar, die Server haben eigentlich mal Probleme gehabt und es hat halt jetzt mit Modsproblemen gehabt. Und weil nicht kompatibel irgendwie sowas war. Und ja. Deswegen kommt es aber später. Aber ich glaube, die haben sogar irgendwie einen Hackangriff oder irgend so etwas gehabt. Egal. Und, äh, zeitlos werde ich noch weiterführen. Da werde ich wahrscheinlich irgendwie demnächst was machen. Wobei ich mir jetzt unsicher bin, weil plötzlich war das Server wie bei Laguna plötzlich offline. Warum auch immer. Ich werde wahrscheinlich morgen aufnehmen, ähm, Zeit, also das Eriticus Finale. Ähm, also wo ich einfach dann wahrscheinlich, ähm, ja, da etwas mache. Und halt bisschen im Hintergrund wahrscheinlich meine Stimme hole. Also meine Stimme, das kennt mich ja, war ein Klaus-Folge. Klaus aber hier nur eine Folge gemacht. Ja. Gut. Wahrscheinlich genauso wie bei Eriticus machen. Ähm. So. Da habe ich ja natürlich erfahren, ähm, was mit der Mafia passiert ist und wer Klauenfisch ist. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ja, lasst einen Like, wenn es euch gefallen hat. Diese kleinen Informationen hier in meinem Arbeitszimmer. Anführungszeichen. Lasst einen Like, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo in dem Kanal. Also mehr von mir, was, mehr von mir wollt. Ich weiß nicht, wieso ich dauernd nicht bei der Abo-Oderation bespreche. Ist jetzt auch egal. Und... Ciao!